Joost, willkommen zu einem neuen Video. Es haben mich mega viele nach meinen neuen Einstellungen gefragt, also was ich für Einstellungen spiele und ob ich mal meinen Spind zeigen könnte. Also ich habe ja schon mal ein Video über meinen Spind gemacht, aber es sind auch mega viele neue Sachen dazugekommen. Dann, hier ist erstmal der neue Shop und es gibt eine neue Lackierung. Oh. Ja, die hole ich mir erstmal. Aber natürlich mit dem Creator Code ARINFN. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Creator Code rechts in einem Shop eintragen würdet. ARINFN. Und ja, dann würde ich sagen, ich zeige als erstes meine Einstellungen. Hier, ähm, Controllerempfindlichkeit, da spiele ich 0,750, 0,750. Also da, wo hier 1000 eingestellt ist, das braucht ihr gar nicht zu beachten. Ähm, ich spiele halt auf PC, deshalb ist das da für Maus und Tastatur und das ist halt für Controller. Und dann zum Zielen 0,300, 0,400. Keine Ahnung, da habe ich einfach irgendwas genommen. Dann zum Bauen 1450. Ja, jeder hat andere Einstellungen, so ist es halt für mich perfekt. Also ja, das waren meine Einstellungen. Okay, dann würde ich sagen, als nächstes mein Spind. Sonst, ich werde nicht zu allen Sachen was sagen, weil die meisten Sachen sind, glaube ich, aus dem Battle Pass. Ich fange einfach mal ganz rechts an bei Kondensstreifen. Äh, ich glaube, das interessiert sowieso niemanden. Ich mache einfach mal weiter mit den Hängegleitern. Also eigentlich habe ich mir nie Hängegleiter gekauft, ich habe nur ein paar geschenkt bekommen. Ich spiele eigentlich immer nur die Schirme, die man für den Win in jeder Season bekommt. Und halt mein Galaxy-Gleiter, aber ich finde Hängegleiter irgendwie unnötig. Also ich kaufe mir auch keine. Dann meine Spitzsacken. Ich fange mal ganz unten an. Hier. Keine Ahnung, warum ich mir die gekauft habe. Die habe ich geschenkt bekommen. Das Eis. Keine Ahnung, gibt es jetzt nicht viel zu sagen zu den Hacken. Die ist aus der neuen Season, ich glaube vom Battle Pass 100 Skin, ich bin mir nicht sicher. Dann hier meine Favoriten-Spitzsacken. Hier die vom Reflex Skin. Die ist neu. Dann die habe ich mir aus Versehen gekauft. Hier die Sense. Ja, die spiele ich eigentlich gar nicht mehr. Mich regt der Sound einfach nur noch auf. Dann die finde ich auf jeden Fall richtig geil, weil die richtig leise ist. Ja, mag ich auf jeden Fall. Die Allsicht-Hacke, auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Hacken. Zuck-Hacke. Dann die Galaxy-Hacke, auf jeden Fall meine Lieblings-Spitz-Hacke. So, dann weiter mit den Backpacks. Da fange ich ganz unten an. Keine Ahnung, wo ich den habe. Vom Herzen. Aus dem Battle Pass. Die schwarzen Flügel. Ich finde die richtig geil. Ich habe noch nie so einen aus dem Rucksack gespielt. Dann hier die Flügel. Das war eher mal der beliebteste Backpack. Man hat sich halt echt den Liebesranger nur wegen den Flügeln geholt. Für 2000 Vivax. Dann das leuchtet, wenn man Kills macht. Oh, hier das Galaxy-Backpack. Richtig geil. Und hier eins der geilsten Backpacks, das schwarze Ritterschild. So, dann das Wichtigste von allem, die Skins. Da fange ich ganz unten an. Also es sind richtig viele neue Sachen dazugekommen. Vor allem grüne Skins habe ich mir mega viele gekauft. Keine Ahnung, ich finde diese 800 Vivax-Skins irgendwie am geilsten. Dann hier der Taxifahrer, der Ben. Das ist auch ein neuer Skin. So, hier der beste Skin natürlich. Die Banane passt einfach nicht mal ganz aufs Bild. Man sieht nicht mal den ganzen Kopf. Dann hier die Rennfrau. Oh, ich will unbedingt diesen Ziel bekommen. Aber ich weiß einfach nicht, wie man den freischaltet. Keine Ahnung. Die ist auch aus dem neuen Battle Pass. Auch ein richtig geiler Skin. Dann hier auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Skins, wenn nicht mein Lieblings-Skin. Den Skin habe ich auch als YouTube-Profil-Bilds. Also ja, den spiele ich auf jeden Fall mega oft. Dann hier die Fußballfrau. Die habe ich ja schon gehabt, als sie das erste Mal rauskam. Aber jetzt sind die ja wiedergekommen. Hier der geirligste Skin. Keine Ahnung. Ich finde den Skin jetzt nicht so geil. Aber ich finde einfach die Hacke und das Backpack richtig nice. Ah, hier der Schwarze Ritter. Oh, und hier der Battle Pass 100-Skin von der Season 8. Ja, auch auf jeden Fall ein richtig geiler Skin. Und dann als letztes meine Emotes. Ich glaube, die meisten sind einfach nur Battle Pass-Emotes. Ich fange mal ganz unten an. Obwohl das ganze Bild, glaube ich, jetzt eh keiner sehen. Ich fange bei dem Blauen an. Hier die Zahnseide. Wer ist dein Mord? Ich fange bei dem Blauen an. Dann kann ich auch noch kurz meine Lackierungen zeigen. Das meiste ist eh alles vom Battle Pass. Also, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ihn dann noch umlassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Das nächste Video wird auf jeden Fall wieder ein Gameplay sein. Also ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.